Meghan Makele, einst bekannt für ihre Rolle in der TV-Show Suits, fühlt sich immer mehr von Hollywoods Elite isoliert. Es scheint, dass viele Berühmtheiten sie meiden, weil sie nicht bereit sind, mit ihr gesehen zu werden oder mit ihr in Verbindung gebracht zu werden. Aber was steckt hinter dieser Verschiebung? Messio Sardaro von der New York Post berichtete, dass Prominente bei einem kürzlichen Women's Business Summit in den Hamptons besonders darauf bedacht waren, nicht mit Meghan fotografiert zu werden. Bei der Veranstaltung, die von der Machtmaklerin Amy Griffin moderiert wurde, traf sich Meghan mit der Modedesignerin Mischa Nonne und dem Make-up-Mogul Bobby Brown. Trotzdem waren namhafte Teilnehmer wie Gwyneth Peltrow, Ries Widerspoon und Diane Sawyer auf allen Fotos mit ihr auffällig abwesend. Ein Insider erklärte dem Medium, dass Prominente davor zurückschrecken, mit Meghan auf Fotos zu erscheinen, da dies als stillschweigende Zustimmung aufgefasst werden könnte, die sie nutzen könnte, um für sich selbst zu werben. Sie wissen, dass es eine stillschweigende Zustimmung zu ihr ist, wenn sie mit Meghan auf einem Foto zu sehen sind, mit der sie für sich werben kann, sagte der Insider. Meghan besucht möglicherweise Veranstaltungen, bei denen diese Prominenten anwesend sind, und zieht in ihre Nachbarschaften, aber sie bleiben vorsichtig, wenn es darum geht, Freundschaften zu schließen. Quellen deuten darauf hin, dass diese Vermeidung auf ein tieferes Problem hinweist. Viele in Hollywood betrachten Meghan als eine unangenehme, sozial aufstrebende Figur mit wenig wirklichem Talent, die Menschen nutzt, um ihre eigenen Ziele voranzutreiben. Ihrer Meinung nach mangelt es ihr an der harten Arbeit und dem Charisma, die normalerweise erforderlich sind, um den Status einer Berühmtheit zu erlangen. Hollywood-Elite, die sich ihren Platz durch Talent und Ausdauer verdient hat, empfinden Meghans anmaßende Art als abstoßend. Sie sind misstrauisch gegenüber ihrem Verhalten, insbesondere gegenüber ihren Verbindungen zur britischen Königsfamilie, und glauben, dass sie Menschen als Werkzeuge nutzt, anstatt echte Verbindungen aufzubauen. Auch prominente meiden Meghan, um ihren eigenen Ruf zu schützen. Während ein einziges Foto mit ihr möglicherweise keinen unmittelbaren Schaden anrichtet, sehen sie keinen Nutzen darin, ihr Image durch den Umgang mit ihr aufs Spiel zu setzen. Sie wollen nicht den Anschein erwecken, als würden sie sie unterstützen oder zulassen, dass sie ihren Ruhm zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzt. Meghans Tendenz, Verbindungen zu bekannteren Persönlichkeiten zu behaupten, um ihren Status zu verbessern, ist bekannt. Beispielsweise könnte sie eine Freundschaft mit jemandem wie Cameron Diaz vorschlagen, nur weil sie in der gleichen Umgebung fotografiert wurden. Meghans Narzissmus lässt sie glauben, dass sie von allen geliebt und bewundert wird, eine Illusion, die von ihren Mitmenschen nicht geteilt wird. Sie ist wahrscheinlich überrascht über das mangende Interesse von Prominenten, die sich nicht gerne mit ihr fotografieren lassen. Dieses Fehlen einer hochkarätigen Beteiligung verletzt ihr Ege und steht im Widerspruch zu ihrer Selbstwahrnehmung, zum Elitekreis zu gehören. Der Gipfel, an dem Meghan zusammen mit dem Unternehmer Jamie Kern-Lehmer teilnahm, sollte eine Gelegenheit zum Networking für Gründerinnen sein. An der Veranstaltung, die auf Griffins 13 Millionen Dollar anwesend stattfand, nahmen prominente Persönlichkeiten teil, darunter der CEO von Vetvatscher, C.A. Sistani, Spanx-Gründerin Sarah Blakely und Kosmetik-Guru Victoria Jackson. Trotz dieser beeindruckenden Gästeliste schienen Meghans Versuche, sich bei diesen Influencern einzuschmeicheln, zu scheitern. Meghan Markles' zunehmende Isolation von Hollywoods Elite verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen sie in ihrem Leben nach dem Königshaus konfrontiert ist. Ihr vermeintlicher Mangel an Talent, ihre Tendenzen zum sozialen Aufstieg und ihr Narzissmus tragen zur Abneigung von Prominenten bei. Diese wachsende Distanz unterstreicht die Realität, dass ihr Größenwahn und ihre Akzeptanzerwartungen im Widerspruch dazustehen, wie sie tatsächlich von denen wahrgenommen wird, mit denen sie in Kontakt treten möchte. Diese Trennung dürfte für sie weiterhin ein erhebliches Hindernis für ihren weiteren Weg bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017